Bitte den Ton für unser Filien-Anbetungsritual. Ulla! 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 Na gut, wenn ihr mich schon bittet, ach das ist so schön wie er dort steht. Vorsicht, die Ulla haben wir aus einem Etablissement befreit. Wir haben alle Blessuren davon getragen, nur sie nicht. Haltet eure Männer fest. Männer habt keine Angst, ich weiß nicht. Späte Herbstgedanken.